Willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Wir sind die Sozialhummeln und wir bieten persönliche Assistenz, ambulant betreutes Wohnen und kostenfreie Beratung für Menschen mit Behinderung. Hier findet ihr Videos, die über das Leben mit Assistenz informieren. Was sind meine Aufgaben als Pflegeassistent? Wie werde ich das eigentlich? Wie gestaltet sich für mich als Mensch mit Behinderung der Weg in das selbstbestimmte Leben mit Assistenz? Wir zeigen euch, wie wir bei Sozialhummel arbeiten und was uns wichtig ist, um für die Rechte für Menschen mit Behinderung einzutreten und sie im selbstbestimmten Leben zu unterstützen. Kommentiert, was ihr wissen wollt und was euch noch interessiert. Sprecht uns an, kontaktiert uns gern über unsere Social Media Kanäle. Abonniert unseren Kanal. Viel Spaß bei unseren Videos.